Servus Leute, Chaos-Wort mal wieder am Start nach längerer Zeit und ich wollte euch heute mal in Borderlands ein Glitch zeigen. Dazu müsst ihr einfach nur die Mission ein weiteres Puzzleteil aktiviert haben. Ich zeig hier ein weiteres Puzzleteil, wo ihr diesen Bug-Hive töten müsst. Dann geht ihr nach dem Häfen und geht einfach hier hinter, zu diesem blauen Haus. Stellt euch vor diese Tür. Die geht dann auf. Jetzt fahrt ihr runter. Und jetzt habt ihr hier zwei Waffenpisten. Der hier ist normalerweise bloß Müll drin. Der hier ist auch ein Easter Egg. Das kann ich gar nicht wünschen. Und da habt ihr halt so eine Easter Egg-Waffe. Das ist halt ein Sniper-Dieb-Teil. Das ist zwar ziemlich scheiße. Aber ja, das ist halt von dem Hersteller Kerox. Da kann man es sehen. Und ja, wie immer würde ich mich über ein Like freuen, gleich gegebenfalls auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschau Leute. PETE PETE Vielen Dank.